Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Folge von Gravitrax. Oder Gravitrax. Ich habe hier eine Bahn gebaut. Hier die Pyramide soll der Weihnachtsbaum sein. Kennt ihr den Film Polarexpress? Da gibt es so etwas richtig cooles mit einem Weihnachtsbaum. Elfen, die ist richtig cool. Dann geht hier die Murmel weiter, hier hinten drum. Und jetzt zeige ich euch mal die Bahn. Ich brauche noch die Kugel. Also hier geht es rum. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wir nehmen eine grüne Murmel. So, jetzt ist sie da reingelandet. So. Den Knopf drücken. Dann geht sie da rum und hat es dann geschafft. Ah, das war nicht richtig reingedrückt. Sonst geht es. Und das war es mit der Folge. Ciao. Ciao. Ciao.